Was war das für dich? Ich war, als ich angekommen bin, sehr aufgeregt und war angenehm überrascht, wie man hier empfangen wurde. Die Angst war weg. Es war eine ganz andere Welt, wie man hier reinkommt. Es ist völlig anders als bei uns. So freundlich, so aufmerksam. Das war schon richtig toll. Das kann man nur empfehlen. Wichtig ist, wenn man das Endergebnis sieht, dass man sich dann freut, dass man wieder gut aussieht, wieder gut essen kann. Man kann richtig beißen, man kann lachen, ohne sich die Hand vor den Mund zu halten. Das war teils Vorfreude. Ich habe eigentlich nie daran gezweifelt, dass es so wird. Für mich stand das fest. Das ist eigentlich hier ein Haus, wo man wieder ein Stück Lebensqualität wieder bekommt. Das war die Untertitelung des ZDF, 2020